So, da wollte ich mal sagen, auf zu zwei Leveln Chaos. So, einmal nach da. So, jetzt könnt ihr es normal versuchen, jetzt muss es gehen. Oh. Huiui. Ungefähr. So. Nick, du musst wieder hoch. Oder so. Ah ja. Okay. Ich weiß einfach, was da passiert. Die Frage ist, wo muss man hin? Niko wird überfahren. Au. Au. So. Was müssen wir mit dem Fass machen? Ich glaube da hoch. Wollen wir aber nicht? Ne, ich glaube da hinten in die, in die, unten rein. Was? Unten rein wollen. Au. Au. Woran? Weil da ist da so eine Vertiefung unter drin. Au, das hört sich aber schluck an. April, andere Richtung. Nein, ich bin noch da. Ja, wir wollen aber drehen. So, jetzt. Jetzt kann es los haben. Ah, warte, 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 warte. Wir müssen da hoch. Okay, wir müssen festhalten. Ne, nicht so, April. So, festhalten. Sani, du ist dran. Hä, warum kommt da nicht noch mehr hoch? Das Rohr brauchen wir auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen irgendwie da hoch und dann muss das Rohr da drüber. Ey. Bumm. Ja. Warte mal. Ja. Und wie viel es jetzt deckt? Wie viel es jetzt ungefähr mit der Steuerung? Mit der Maus gesteuert? Äh, ich hätte es mal gesagt, lass mich liegen. Ja, nein, 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 nein. Äh, muss ich da auch in Richtung dann zeigen, wo ich hier neben will oder? Ja, du musst gucken. Ja. Also ich würde ja sagen, wir hochcutt, aber ich glaube, wir kriegen es nicht hochcutt, oder? Mhm. Au. Ich glaube es nicht. Aber erst mal rüber, oder? Ne. Und nach hochcutt. Hochcutt. Ne, nicht so. Also ich höre jetzt fest. Ich versuch's zumindest. Also an der Wand kriegt das garantiert nicht gekippt. Nur mal so, die Wand drückt dagegen. Hier ist ein Hebel. Ja, das funktioniert noch nicht. Wir brauchen den Dampf und den kriegt man nur auf dem... Da fehlt ein Stückchen Rohr auf der anderen Seite ist das Problem. Warte. Ne, nicht mein Bein. Warte. So. 3, 2. Und alle her. Ne, nicht. Pfff. Jetzt mit dem Kopf. Kopfarbeit, Jungs. Kopfarbeit. Kopfarbeit. Hehehe. 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 So, nochmal. Warte mal. Hast du eine bessere Methode? Vielleicht. Der trickst doch schon wieder. Nein. Lass mal liegen das Fass. Also in der Ecke. Wo's liegt. Na, einer muss festhalten, man kann ja noch rüberlaufen. Ja. Ob daneben. Das ist vielleicht die Idee. Genau so. Mein Kopf ist kaputt. Und wie zieht man sich hoch? Ja. So wie du gerade da hängst, gar nicht mehr. Doch. Wir fangen wieder an zu Schaukeln. Oh ne. Nicht der Schaukeltrick. Ja Laura. Genau. Und jetzt? Alter. Entschuldigung. Diese fetten Leute. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich hab da was. Warte. 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 Jetzt so. Hast du? Guck mal da. Geh die Tür auf. Lass mich so verarsch. Hehehe. Hehehe. Hey du. So. Hey weg da. Kommt mal her. Erstmal ein Rohr verlegen hier. Ja. Eins. Zwei. Warte. Wir brauchen zwei. Eins ist zu kurz. Ja eins. Eins ist. Warte. So. So. Jetzt kannst du so rausnehmen. Ah ok. Nein. Nein. Ich will. Du gibst nicht raus. Jetzt haben wir ein Problem glaube ich oder? Wieso. Dann kommen wir da rüber. Nee das ist richtig. Einer muss ja draußen bleiben oder? Ey die tue ich auch am drehen. Falsch rum. Ich hab's doch schon. Der macht einen wahnsinnig. Der du sitzt stift im Weg. Ja. Ich wollt's ja reden. Und hopp. Bumm. 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 Der dreht nochmal rum. Nee ist ja richtig. So lang. So rein. Genau. Mädels mach dir mal kurz. Warum ist denn die Rampe? Nee tschüss. Tschüss. Hey wartet. Äh wir brauchen ein Rohr. Ist das? Ja. Hä? Wie? Ja da hinten ist kaputt. Ja. Ja aber. Sie hat recht. Wir müssen nochmal zurück. Das Rohr. Nein das geht nicht. Na doch. Weil sonst. Wir haben ja oben liegen. Warte mal. Außer wir rollen das fast in die Tür rein. Dann passen wir selber aber nicht mehr durch. Nee nee. Ich glaub dich die. Äh. Das ist nicht. Ähm. Äh. Mädels. Wollt man das Rohr da hin. Das da. Da oben so. Das da mit Schwung in die Richtung kommen. Liegt ja. Warte mal. Da oben ist doch das Rohr. Ja das meine ich doch. Schmeiß mal das fast da runter. Genau so wie April. Nur in die andere Richtung. Oder April schaukelt wieder in die Runde. Naja aber April wird keinen Überschlag hinkriegen. Nee. Was denkst du? Ihre Lieblingsverschäftigung. Schaukelt. Na. Na. Ha. Das kriegt die Macri. Ich krieg keine Krise. Ha. Guck dir das mal. Ha. Ha. Ich glaub nicht. Oder? Ha. Ha. Du musst ja nur treffen wenn sie oben ist. Nichts. Zu früh. Ha. Ha. Ich glaub das Fass hat gleich ab. Ha. 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 Das Fass hat nicht genug Speed. Ich muss ja wieder rauskommen mal. Ich muss ja wieder rauskommen mal. Ich muss ja wieder rauskommen mal. Ne gehst du da durch. Hä? Ich klemme irgendwo. Ja du hast es gedreht? Ne? Doch du bist inkompetent dafür. Ach so. Ja stimmt. Ah das ist verkehrt rum. Ok. Ja ja. Deswegen einmal im Kreis drehen. Habe ich das Richtige jetzt gemacht? Ich bring's hier hin und du auch verlängern verliegst das Rohr. Wo ist es denn? Ach da. Hä? Aber was hab ich denn jetzt? Die eine Zeit ist länger als April. So? Können wir sagen jetzt alle rauf da? Wartet. Nein. Yay. Hebel ziehen. Lauert ihre Hebel. Da haben wir mal Probleme. Welcher Knopf war denn nicht? Leg mich hin. Ähm. Ah. Ok. Ey lass mich sein. Nein. 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 Lass mich. Lass mich nicht los. Nein. Haha. Nein lass los Laura. Nein Laura. Nein Laura. Mal dann die andere Hand. Nicht die von der Plattform. Zurück. Wir müssen. Wartet. Oh. Krapsch die Laura. Ich hätt das nie einmal gekrapscht. Krapsch die. Haha. Das wirst du schon. Aaaaah. Ey. Was ist denn? Na Laura. Eine Hand. Ausstecken. Nimm meinen Kopf. Tadaa. Geschafft. Was? Ah. So. Okay. Okay. Wir wischen die Erde an. Hilfe loslassen. Könntest du mal hier. Äh ich glaube. Äh Sunny. Du kannst glaube ich los. Warte. Mhm. Könnt ihr mal helfen? Okay. Wir müssen mal den Dennis hochziehen. Nein. Ah. Wie soll denn das gehen? Das ist beim ersten Mal. Es sah sehr gut ausgedacht. Ja Laura quasi. Warte einmal. So gehts natürlich auch. Laura bescheißt wieder. Geh mal hinter mir weg. Mensch lass mich los. Okay. Geh weg. Okay. Lass mir Platz. Einer an. was gibt es hier Schönes? Hier fehlt. Oh. Warte. Oh. Klappt nicht. Ja genau. Helf mal. Helf mal. Helf mal. Helf mal. Helf mal. Ach man muss die perfekte Höhe holen. Kann man jemand in den Kopf ziehen? Warte, warte, nur jetzt. Kann man jemanden am Kopf ziehen? Ey! Ach, die scheißen doch wieder, Noah. Nein! Hi, Laura. Alter, Bruch, da, ihr! Da geht's runter. Stöckchen. Ich will Feuer. Achso, sag doch an, warte, ich geh weg. Kann man verbrennen? Nein. Also, ein Holz müsst ihr anzünden und das müsst ihr auch wieder hier rüberbringen. Das macht sie gerade, glaube ich. Wir fackeln, wir spielen gerade Hexiaat mit April. Ihr seid abgeführt. Ja. Ey, die Füße! Komm los! Hilfe! Telefon! Oh, die habt ihr festgehalten. Hilfe! Du gehörst. Ey, Bröll. Ähm, ich muss doch kurz ans Telefon. Ja, mach das. Ich hab den Aller weg. Ja. Ey, Bröll. Ja, und spielt denn da an der Lippe? Guck mal. Nein, die Wicke. Könnt ihr die mal umdrehen? Wartet. Nein. Hallo, Flora. Die sind runtergefallen. Zauber, nein! Zauber. Schaukel hin und her. Das ist aber eineinhalb Wundkuh. Nein, nein, nein. Scheiße. Er macht hier schon der Unsinn da drübe. Machen sie jemals was anderes? Sie schaukelt nur noch. Ich habe sie. Au, au, au. Oh, war das schwer. Ja, total. Los lassen, Laura. Andere Seite. Gut. So, abgeführt. Hä, wo seid ihr? Hä? Wo soll ich sie abpacken? Wo muss sie hin? Sie müssen da rüberwerfen, auf die andere Seite. Hui. Nee, geht nicht. Die haben die Rampe geklaut. Wie jetzt? Brauchen wir einfach die Rampe? Ja, wir waren gerade am rüber springen. Was will sie denn? Ach, da oben. Oh, ich habe es auch nicht geschafft. Guckt euch, entscheidet euch mal, welche Seite nach oben sollen. Nichts abgestürzt. Leute. Hallo? Achso, warte. Ich gehe jetzt weiter. Nee, könnt ihr mal da festhalten? So. 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 So reicht's. Festhalten. Nee, da kommt was für uns. Ich habe das nicht. Au. Komm, 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 der steht fast. Fast. Oh, nein, scheiße. Ich glaube, da ist ein Nico untergefallen, oder? Ja. Nein, nicht oder nicht. So. Das bringt uns nur jetzt nichts mehr. Komm, der sagt, ich bin ich gar nicht hoch. Doch. Ein Abrams hinterfest hat. Hey. Nein, lass mich los. Lass mich los. Ich glaube, wir müssen das Ding auf die Seite drehen. Und dann noch... Die andere muss sich festhalten, die andere müssen es drehen. Idee? Ja. War. Nico, können wir erstmal fast drehen, bevor du jetzt noch mehr platzt, oder? Vorsicht. Nach da. Da, 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 da. Ja, genau. Und jetzt nach oben drehen, wenn der andere dran hängt. Nö, wieso? Wir können auch die Leiste nehmen hier. Die kriegen wir aber nicht hoch, oder? Na, versuch mal, April. Ja. Den ist mal in die falsche Richtung. Haltet ihr fest? Ich bin noch ein paar. Ich heb's gerade auch fest. Die Mails. Genau. Lauf aus oben. Warte mal, wir waren mal kurz frei. Lauf raus. Hier bin. Warte doch mal die Zeit. Warte. So, jetzt, so. Jetzt wieder ran. So, jetzt. So. Man beachte die Hüderweinchen. Äh. Okay. Ähm. Ich dachte mir jetzt, April, Laura hat ja freigeschaltet. Ähm. Warum bin ich jetzt hier ganz alleine? Da ist die Laura. Bäää. Ah, checkpointladen, oder wie? Ähm. Ja, die April ist gerade mit dem, mit dem Dix abgefahren. Abgewandert. Ich dachte, das können wir als Stopper nehmen. Nein, ich hab die Leiter kaputt gemacht. Wie? Warum machst du die Leiter kaputt? Uh. Ja, das Rohr werden wir brauchen. Aber wie kriegt man das Ding hier auf? Wie war das mit Ketten? Mit der Leiter. Nee, ich glaub nicht. Ach, guck mal, die Hüderweinchen kommen. Doch, ja, April hat recht. Äh. Äh. Warte, warte, April holt den Hebel. Hebelwirkung, ansetzen und brechen. Das hat im Schloss auch funktioniert. Was wünschst du? Nimm sie als Brechstange und hebel das Tor auseinander. Da. Wenn ich mal... Ja. Warte, halte das Tor still. Ja, okay, wir machen mal. Ey. Merkt das? Ja, ja. Wir sollten gleich das Tor mal nach außen ziehen, dass er dazwischen kommt. Das ist auch eine hilfreiche Idee. Du, ich glaube, dass... Nee, April hat die Leiter kaputt gemacht. April, rechte Hand loslassen. Du ziehst gerade am Schloss. Nein, das war die linke Hand übrigens. Aber wie war es die rechte in dieser gerade? Kommt ihr klar? So. Wollen wir das jetzt irgendwie nicht, ja? So, mehr gehen gehen. Nein, du hast jetzt wieder rausgezogen. Ich nicht. Ich zieh am Tor. Go, Simon. Ich streng dich an. April ist die falsche Seite an der man zieht. Du kannst am Kessel nicht ziehen. Ich will die Tür vor dem Kessel aufmachen. So, ich glaube, es ist drinnen. So, jetzt versuch mal. Wir lassen mal los. Gucken, ob es geht, aber ich glaube nicht. Ein Stuck. Hä, wieso ist Laura da drüben? Wie? Das hat aber damals beim Ding-Sappos... Ja, dass du den Leiter-Einbuss gemacht hast. Laura, bist du mal hoch? Kannst du mal mein Kopf loslassen? Aber die Leiter hat doch nicht funktioniert. Wir hatten das doch schon mal mit diesen Ketten. Vielleicht zwölf. Hi, Laura! Das Rohr kommt. Das Rohr kommt. Ja, ich hab's. Die Frage ist jetzt nur, wie kommt mir das andere Rohr ran? Warte, da kommt noch eins. Das ist falsch, Robin. Ja. Ich muss hier in den Glauben. Das, wie? So. Nee, das passt doch nicht ganz. irgendwas anderes um dies Komm mal hier Nein Ich glaub das ist ein falsches Rohr Äh ne das ist ein Rohr muss hier rein Ja ich weiß aber noch nicht viel Aber du brauchst 2 Rohre mit 2 Flachzeiten Nee brauchst du nicht unbedingt Äh doch das ist logisch dass es reinpasst DONG 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 Ja wo war's drinnen Wir brauchen erstmal das Wahrscheinlich das letzte Teil was Laura da gerade versucht hat Das da? Ja Das da so winkt Das da was da so guckt Guten Tag Nein Hi Hey Oh Nein Kommst du klar oder? Ja geh mal in meine Richtung rüber Ja Das ist meine Richtung hier die Pilzen Ja Kann man hier noch ein Rohr abnehmen? Wenn wir nicht einfach Ach gucke mal Äh Sunny Ja Hast du noch was gefunden was wir übersehen haben? Ja Ich hab ne Ecke Ich hab ne Ecke Ich hab ne Ecke Ich hab auch ne Ecke Ich hab auch ne Ecke Ich hab auch ne Ecke Aua Ey meine du musst da hin Ja 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 Jetzt rüch dich rum Au 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 Dass die flache Seite auf der anderen Seite ist Ich hab jetzt gedacht das hier so Ja Also wir haben jetzt zwei Gas Äh zweimal ähm Gas Und wir haben zwei Türen Oder braucht man da doppelt so viel Druck vielleicht? Nein wir haben ja auch zwei Türen Äh wo ist die zweite Türe? Ach da hinten Ah da hinten Ok Was passiert? Habt ihr eigentlich hier die Verbindung unterbrochen die zu der Tür hier ging? Nein die war die ganze Zeit offen Ja Ok Gut Was legt ihr denn da? Schließ doch erstmal eine an damit wir es überhaupt sehen ob was passiert Ja mir fehlt da was Ja Ja aber der ist doch noch drüber einen Schließer Richtig Falsch um Äh Ach du zwei aufbewohren Ach ich wills mal Ja logisch Ich wills mal das Das macht nicht Doch Hä Ich sehe ein Rohr Also irgendwas haben wir falsch gemacht Wir hätten von draußen irgendwie die Tür aufknacken müssen Mann Mein Rohr will nicht Aber wie ist Laura denn da rüber gekommen? Mit der kaputten Leiter Hallo Hallo Lass doch mal los Ich halte dich nicht fest du kleiner so kleiner Na So als Frage wie kriegt man das jetzt auf? Ja ganz logisch wir haben jetzt zwei Ecken noch guck mal wir machen jetzt noch einen Kreis draus und dann haben wir zu gemacht Ja Problem ist nur wir haben die Ecke nicht Na die Ecke kommt doch muss noch rüber rein rein Ja Schon Haben wir sie? Nein wir haben sie nicht Warte Ohhhh Irgendwas haben wir falsch gemacht Ich hau jetzt da auf dieses Ding ein Oh Oder einfach mal alle auf einmal drücken Ne Kann eigentlich auch nicht sein Ne Ne So Normalerweise hätte man das von außen irgendwie Weil Laura ist ja eigentlich von außen dran gewesen Also irgendwie muss man das normalerweise ganz einfach klein kriegen Ich glaub das kriegst du inzwischen Äh Äh Laura Ich hab das jetzt Kann ich vielleicht hochgehen Da liegen bei dir doch ne ganze Menge Stangen Warst du mal damit versucht das Tor aufzumachen? Die sind's nicht Bestimmt Keine Ahnung Ähm Außer wenn wir drücken oder sowas Da könnt ihr vielleicht durchpassen Ups So warte Ne Ups Hey Ne Ich will dich hochreiten Das bringt ja nichts Ich muss mich hochschaukeln du Abgesehen ist das Rohr ist eh nicht mehr da Nein Oh süß Komm wir schieben die in die Bicke durch Ne Oder warte mal Ich hab noch ne Idee Ich höre mein Bein weg Ey Oder geht das Ne das lange kannst du nicht Nein das lange kann man nicht Ich hab's Ey nein lass du dran Ne warte mal So nicht Was ist wenn wir den Kreis schließen jetzt noch? Welchen? Ich weiß gerade nicht Den beim Kessel Ja war die ganze Zeit geschlossen haben sie gemeint Ne der war mit so Dreiecksteil Woll grad sagen Ach so Äh Ja warte Ja ich halt lass los Ja jetzt weiß ich auch Ja jetzt geht das Tor auf Jetzt kommen wir zu Laura Okay Ja Hey Aua Ich hab mich voll ins Gesicht bekommen Warte Nika Nika hat den Kessel gerade abgegrillt Ich hab mir wirklich nicht gesehen Und Tür ist auch offen jetzt Okay So Laura wir haben ja zwei Eingänge gemacht Reicht's dir jetzt? Und jetzt müssen wir das Den Leibchen wieder weg machen Mein Arm ist froh Ja Nika Komm schmerzen Ja Ja Sieht man das nicht? Kannst mich loslassen? Danke Nein Ne falsch rum Falsch rum Ja Warte Ja 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 Genau Genau so rum. Genau so rum. Wieso hat es sich einfach rumgedreht? Lass doch einen drehen. Das ist doch viel einfacher als Fünfe. So. Decks Rino dreht. Einer. April, dreh. Geh weg. Okay, ich geh weg. Rausgetrogen. Ich seh es nicht. Du sollst einfach nur drehen. Nicht rausziehen, drehen. Hochheben. Ja, genau. Nachsetzen. Oh. Warte, warte. Warte, ich schieb sie rein. Ist nicht drin. Das ist nicht drin. Erstmal hochdrehen. So. Ja, 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 ja. So. Ja, aber jetzt schon mal richtig rum. Weil er jetzt wieder verdreht. Wie war das mit zuführen? Klische Fahrt, die da in den Brei? Hätte ich nie erwartet. Ah, ich geh mal durch. Schnell, schnell, da hat er euch gefunden. Stell dir vor, wir brauchen einen Rohr. Alles wird gleich wieder auseinandergerubt. Hahahaha. Du bist einfach weggeworfen. Ich würd sagen, wir müssen... Ähm... Die gerade Stelle dahinter, da wo Laura gerade ist. Oh. Die brauchen wir. Ja. Ich bin abgeschützt wegen der Laura. Hallo Laura. Ich wollte erst mal durch die... Bombardier mich hier nicht. Ich wollte erst mal durch die... 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 durch so. So. Kaputt. Ich will die da. Wir werden aber wahrscheinlich trotzdem das... Meine Glasscheibe. Nein, meine. Aber guck mal nicht drüber. Meine? Hahaha. Nein. Nein. Das ist feinlich der Vandale. Ich bin auch. Und mit Schwung runter. Hä? Hahaha. Was denn? Was denn? Ich krieg das Glas nicht eingedrückt. Ha! Dein Holzkopf war's wieder mal. So. Ne. Ich du's. Das ist aber nicht festhalten. Nein, Laura. Warum fischst du den Moment weg mit dem? Nein, Laura. Unser Rohr! Ja, genau. Hau mir den Kopf dagegen. Hau mir den Kopf dagegen. Unser Rohr! Ich glaub, wir müssen neu starten. Wieso? Wir hatten kein Rohr mehr. Doch, das liegt... das liegt da oben wieder. So, ich halb hier fest. Nein, du musst in die Richtung... Richtung Laura schwingen jetzt. Wieso? Warte. Warte. Ich komm mal! Laura, jetzt! 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 Ja! Jetzt! Jetzt! Ich hab's los. Schwingen, Laura schwingen. Da muss wahrscheinlich die Leitung hier raus, wo der da drin ist. Au! Oh, ha, ha! Zwei Leute haben mal den Ding vor den Kopf gelegt. Andersrum! Äh, wo ist eigentlich der Sunny? Wo? So. Ach, der Sunny versteckt sich hier oder wir? Nö. Wir wollen mal die Leipre. Nein! Andersrum, andersrum! Aus! Malo! Böse! ich habe nur hier gerade eine Super hingeschoben was hat sie jetzt was gemacht und ja oben der Kran warte damit wir hochwandern können boah das ist jetzt nicht dein Ernst ich war das nicht weil ich bin hochlaufen und dann geht nichts weg ich habe die Glasscheibe hey hey Nicke, wie geht's dir? sie hängt da so rum du warte, komm nochmal zurück so, ich bin drüben ja ich bin, du hast gerade ein Brett vor den Kopf gehauen ich bin jetzt auch drüben hast du das so, von der Position her? ich sehe es nämlich nicht warte mal auf die anderen ich darf mal, ich darf allein ist man gleich zu schwach, oder? das geht ach so, warte wei ich glaube ich habe gesoffen so schwankt hier der Boden an linden er muss wieder hoch eine Hebe der Kruppe ist festhalten blöde Frage hätten wir oben festhalten das ist da oben ich sehe doch nichts was soll ich denn festhalten? an der Rampe an der Rampe an der Rampe festhalten frag das doch das denn? ja du bist da nicht rüber gedrückt die sind auch unten festgemacht ja wir wollen ja wir wollen ja dass du rüberkommst achso jetzt warte warte ich bin fett genug los aber wenn zwei dran tief drüber Sanni drück von hinten ja bin ich ja aber der hält dich gerade auch nicht fest bei mir huiii ich bin noch oben ich halte mich fest treff mal mit da irgendwie zu drücken Sanni irgendwie kriegen wir den rüber als ich gedrückt habe hat das zumindest mal bewegt ich glaube wir haben jetzt ein kleines problem wir brauchen jetzt den dreier wahrscheinlich von der anderen seite alle leitungen zu machen wir können auch mal mit einem rohr probieren vielleicht reicht es ja schon ich glaube es ich habe jetzt gedacht dass man das andere ding brauchen andere seite einmal andere seite bitte ich bin abgestürzt man muss mal hin ich habe es da oben da oben ist ein kleid ach so glaube wo bist du kannst du dich nicht daran festhalten und ich weiß nicht wo ich bin ach so ich ich bin so ein bisschen dazwischen. Au! Ja, ich hab's, ich schaff's, ja, ich bin oben. Kann ich loslassen? Au! Ja! Und ist da oben überhaupt irgendwas? Äh, Leute! Nein, du bist schon weit, oder? Hier ist das Kreuz! Jack! Mach du! Ja toll, jetzt hab ich's wieder so gesehen bekommen, dass du da oben bist. Die Grathe muss weg! Was machst du denn? Mann! Was war das gerade? Ähm, man muss... Ach so! Ja, ich weiß. Eigentlich als Frau schon. Jetzt lass doch mal die Rohre weg. Ich versuch grad das Ding hinzumachen. Die Mitte. So, jetzt du! So, jetzt die Ecke. Ja, warte! Genau so, wie sie liegt! Nicht drehen! So! Nee, zu weit! Das ist das Problem! Dann dreht gleich wieder um 90 Grad in die falsche Richtung. Oh! Jetzt schieben! Das ist das Ding, Ben! Mädel! Boah! Fanny, guck mal um die Ecke, was die Mädels machen! Ich weiß, die spielen da die ganze Zeit! Alter, mit ihm auch schlapp hast! Ich glaub, der der! Ja! Was? Du hast es kaputt gemacht! Ich wollt grad mich dran festhalten! Ich dachte, man muss da reinspringen und nicht das Ding zerlegen! Du hast es kaputt gemacht! Warum machst du das dann? Au! Au, jetzt hab ich auch mal den Stahlträger auf den Kopf gekriegt! Ja! Hast du es wohl verdient, oder? Juhu! Ja! Juhu! Ja, wir haben das schon gehört! Ja, wir haben das schon gehört! Wir haben das schon gehört! Ja, wir haben das schon gehört!